Im Herzen von Deidesheim, in optimaler Lage, finden Sie das Hotel und Café Ritter von Böhl. Es erwartet Sie eine herzliche Gastfreundschaft und eine sehr angenehme Atmosphäre. Das historische Gebäudeensemble gruppiert sich um einen ansprechend gestalteten Innenhof mit sonnigen und schattigen Plätzen. In der Anlage befindet sich heute ein barrierefreies Drei-Sterne-Haus mit komfortabler Ausstattung. Die Zimmer in den oberen Stockwerken lassen sich durch einen Aufzug bequem erreichen. Barrierefreiheit bietet Gästen mit Handicap einen besonderen Reisekomfort. Sie haben die Wahl zwischen modern eingerichteten, barrierefreien Einzel-, Doppel- und Mehrwettzimmern und kleinen Apartments. Musik 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 Beginnen Sie den Tag im Atrium bei einem reichhaltigen Frühstücksbuffet, sodass Sie gut gestärkt in einen erlebnisreichen Urlaubstag starten können. Ab 12 Uhr öffnet das Café und Weinstübel mit hauseigener Backstube im Erdgeschoss des Hauses. Ritter von Böhl. Hier beginnt Urlaub. Hier lässt es sich entspannen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017